Hi, und jetzt gehen wir zum Gemüse. Ich sage euch Gemüse, aber zuerst, dass wir zum Gemüse gehen. Ich sage euch erstmal so eine Blumen. Sie ist schön, oder? Okay, jetzt gehen wir zusammen und jetzt gucken wir mal Gokkahan an. Dieser Gokkahan heißt Brahma, heißt es. Sieht so auf. Sieht cool aus, oder? Okay, wir gehen weiter. So. Das ist Modell, Oeringen Bahnhof, also Oeringen Hauptbahnhof. Jetzt könnt ihr alle sehen, wie Oeringen Hauptbahnhof aussieht. Und jetzt gucken wir weiter. Also, sie sind at Bären. So free. Hier ist es eine Stauberie. Es ist nicht weg, es ist nicht weg, es ist eine Stauberie. Wir sehen uns jetzt wieder. Das sind Tomaten und Papika. Papika sind noch grün. Und Tomaten auch. Das ist große Tomaten und das ist ganz kleine Tomaten. Das sind alles Kräuter. Sie sind sehr schön, oder? Aber ich weiß auch nicht genau. Wie heißt dieser Blumenkuh? Was ist das? Das ist rote Ruben. Aha. Kenn ich nicht. Guck mal. Und das ist Petersilien. Wahrscheinlich. Ah, nein! Das ist kein Petersilien. Entschuldigung. Das ist Knollensellerie. Okay. Das ist Weißkohl. Ja. Genau. Hier kann man schön hinsitzen. Pause machen. Nach dem 5 Stunden laufen. Nach dem 5 Stunden laufen. Und jetzt kommen wir zum Spielplatz. Tschüss. Also, tschüss. Bis nächstes Mal. Bye. Tschüss. 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 Tschüss.